Tom Gerkens, 5 zu 0 im Westfalenpokal, Pflichtaufgabe gelöst, auch standesgemäß würde ich sagen. Wie hast du es gesehen heute? Ja, auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Mit 5 zu 0 können wir zufrieden sein. Für uns war wichtig die 0. Ja, die haben wir gehalten. Und auch jetzt im Pokal mal souverän das Spiel zu Ende zu bringen, war, denke ich, wichtig. Und wir gehen dafür mit einem positiven Gefühl hier raus. Ja, denke mal, können auf jeden Fall zufrieden sein. Am Samstag war es noch die Latte. Heute war es dann das erste Tor für Arminia. Auch wenn es jetzt nur der Westfalenpokal ist, aber trotzdem ein schönes Gefühl, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte Samstag auch gerne ein Tor gemacht. Aber tut auf jeden Fall gut zu treffen. Erstes Tor für Arminia. Ja, denke ich, geht man mit einem guten Gefühl raus. Ja, Samstag seid ihr schon mit einem guten Gefühl rausgegangen. Jetzt heute auch noch mal. Vor dem Kurve Zeit nach oben. Was dürfen wir jetzt Samstag gegen Waldhof Mannheim erwarten? Ja, genau, wie du es gesagt hast. Ich glaube, gegen Dortmund haben wir ein gutes Spiel gemacht. Heute haben wir 5 zu 0 gewonnen. Gehen auch mit einem positiven Gefühl raus. Und das wollen wir mitnehmen ins Spiel und wollen auf jeden Fall einen Heimsieg feiern. Ja, wollen auf jeden Fall die Punkte bei uns behalten. Dann machen wir das doch. Bis Samstag, Tom. Danke. Bis Samstag, danke.